Hallo und herzlich Willkommen zum Holzverarbeitungssimulator 2014. Wir fahren hier bei Hans und müssen ihm helfen Holzscheite zu sägen. Wir Holzsägen. Das werden wir jetzt fortführen. So, nochmal. Vielen Dank, Hans. Mehr kann ich echt nicht von dir verlangen. Hier hast du 10 Erz als Daumen. Danke. 10 Erz, das ist ja... heilige Scheiße. Egal, wir haben die erste Quest erledigt, Holzsägen. Nach über 10 Scheiten. Ja, das waren noch über 10. Das waren auf jeden Fall über 10. Verarschen oder übers Ohrhauen lassen sich mir hier ganz sicher nicht, ne? Ach, da unten haben wir noch ein paar Bootler, die wir beruhigen können. Ähm... ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schau auf! Die Crawler werden uns alle fressen. Ja, glaub ich auch. Müll dich fressen. Wäre ja... sag mal, nüsst... naja... Ich vermute, wir werden bald hier raus sein. Naja, wenn du dir da so sicher bist. Es ist ja durchaus möglich. Richtig. Richtig. Tschüss. Oh, da oben sich ein paar Pilze, die können wir noch ein bisschen... noch ein bisschen sammeln, würd ich sagen. Ja, wie gesagt, wir sind immer noch dabei, ähm... Oh, Minenpilze. Das sind die giftigen. Wir sind immer noch dabei... Butter zu beruhigen, das ist ja die Hauptquest momentan. Des Weiteren müssen wir ja noch den Schlüssel zu Rex bringen. Ähm, der... wie heißt der? Brandic, oder? Ja genau, Brandics Ring ist noch verloren gegangen. Oder immer noch verloren, den wir auch noch suchen werden. Und ja, das sind jetzt erstmal unsere primären Ziele. Warum es jetzt so dunkel ist? Mal so'n kleiner Licht-Bug. Seht ihr? So... ähm, uh... Ach, komm mal drauf. Juhu, wir dürfen alles noch mal sammeln. Ich kann gerade echt, also wirklich, wenn ich nicht, alter... Ich könnt mir gerade selbst die Fresse polieren. Ich bin gerade leicht angepisst, ja... Die letzten... Weiß ich nicht, 50 Sekunden waren vollkommen umsonst. Das kann und darf nicht wahr sein. Aber da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Oder eher gesagt, ich hätte auch genauer schauen können. Da wäre das womöglich nicht passiert. Ja, auch die Kräler werden uns fressen. Sag mal, naja... Na ja, es ist... Also wir müssen denen gar nicht immer Bier geben. Zum beruhigen. Manchmal funktioniert es auch so. Aber mit Bier funktioniert es auf jeden Fall. Das kann man sich merken. Mann, Mann, Mann. So ne Scheiß passiert auch noch mir. Ist aber echt komisch, dass da irgendwie so'n... Licht-Bug ist. Oh, hier sind zwei Wurzler. Die kann man beruhigen. Schau auf! Die Kräler werden... Machen wir nochmal genauso wie eben. Sag mal... Na ja... Ich vermu... Na ja... Es ist ja durchaus möglich. Richtig. Alles ist möglich. Tschüss. So, dann ist wieder der andere. Glück auf! Wir sind alle verloren. Ist immer nicht. Beruhig dich. Das bezweifle ich. Wie kommst du da? Ich hab zwei. Ha! Wir... Was können wir hier nochmal an? Achso. Du bist jetzt. Da lass ich mich aber... Tschüss. Oh, verdammt. Den haben wir nicht beruhigt. Den haben wir... Nein, 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 nein. Also das geht gar nicht. Nochmal. Bitte nochmal. Wobei ich nicht glaub, dass uns das... Dass uns das das Gedick brechen wird, aber... Ist ja jetzt auch egal. Die verschonen sich bla 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 bla. Oh, ruhigt. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss. So. Glück auf! Wir sind alle verloren! Glück auf! Wir sind alle verloren! Wie kommst du? Ich hab... Wir... So, hier. Lass uns was trinken. Hier. Hast du ne Flasche Bier? Ach, wie weißt du, man. Ja, natürlich kommen wir irgendwie wieder raus. Tschüss. Kannst mir nicht erzählen, dass wir ja nicht mehr rauskommen. Okay, vielleicht kommen wir auch nur ich raus und ihr nicht, aber das ist mir egal. Ist das der Rex? Jawohl. Tschüsser. Glück auf! Hey Rex, nimmst du dich jetzt als Schmied? Jetzt, wo wir eingeschlossen sind, muss das Erz ja irgendwie verarbeitet werden, oder? Früher war ich Schmied im Hafenviertel von Korinitz. Irgendwann kam dann so ein Typ, der hieß Karl, und hat mir irgendetwas angehemmt. Dann haben sie mich reingeworben, und der hat meinen Posten übernommen. Aha. Schlecht für dich, aber ich hoffe, du lebst dich hier wieder raus. Ich tu mein Bestes. Jetzt wissen wir's also, der Karl ist ein Arschloch. Kannst du mir diesen Schlüssel hier reparieren? Zeig mal her! Kompliziertes Teil, aber ich werd mein Bestes versuchen. Danke. Du kannst ihn morgen wieder abholen. Dann wird er fertig sein. Okay, bis dann. Glück auf! Kannst du mich in die Kunst des Schmiedens einweihen? Nicht in alles, aber die wichtigsten Vorgehensweisen lassen sich recht schnell erklären. Okay, bei dem können wir Schmieden lernen. Verkaufst du auf Waffen? Ja klar! Sieh dir mein Sortiment an! Zeig mal her! Ne Klinge! Aha, aha! Garteschwert! Kampfschwert! Kampfschwert! Langschwert! Oh, der Siegbringer! Hier! Seh da! Kampfschwert kann man sich noch ganz locker leisten. Und auf einmal... Boom! Langschwert! Wir könnten uns von der Stärke her sogar den Vollstre... Ja, hm... Könnte man... Achthaltmal auf den Preis! Den können wir uns nämlich nicht ganz leisten. Aber ich glaub ich... Ja komm... Die sagen wir mal nicht umsonst. Ich glaub wir können uns mal ein Kampfschwert gönnen. Ja, ein bisschen Rabenkraut brauchen wir eh nicht. So, 111, okay. Ähm... Hm... Jetzt muss ich hier... Genau auf den Preis kommen. Ähm... 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 Brot? Jawoll! Brot! Den kriegt er noch drauf und ein paar Pilze. So! Tschüss! Ich soll jetzt nicht wesentlich sein... Huch! Bin ich wesentlich stärker, aber... Joa... Doch ein Stück! Guck mal, brauchst du sogar weniger... Stärker... Na egal... Guckt mal, wir haben ein Kampfschwert! Ich mag das Schwert! Ich find das cool! Mir gefällt das... So als Anfangslauf ist das doch ganz nett! Hier sollen jetzt ein bisschen mehr zusammenkramen können, aber ich hab jetzt keine Lust mehr hier... Alles zusammen zu kratzen, um dann irgendwie einigermaßen was... Gescheites rauszukommen... Ah! Das ist der Psydon! Der Kiffer! Ich glaub eh nicht, dass wir auf... genug kommen würden, als dass es dann... Oh! Hier sind ja noch ein paar... Ein paar... Stängel... Zum Kraut! Ein paar Minenpilze! Und ne Wasserpfeife! Also der ist hier... Volles Programm! Also die sagen genau, ich hab jetzt keinen Bock hier alles zusammenzukratzen... Würde wahrscheinlich je nicht fürs Langschwert reichen... Und so viel mehr Damage macht das jetzt auch nicht! Das reicht jetzt erstmal das Kampfschwert... Sag ich mal... Reden wir mit dem Kerl hier... Ich glaub den müssen wir gar nicht mehr beruhigen... Der ist schon... Aufs unterste Level gefahren... Glück auf! Lass uns über den Pilz reden! Komm später nochmal wieder! Mein Pils... Okay... Notizen... Alles klar! Ja der Kerl ist... Der Kerl ist hier fertig... Der... Ist durch! Würde ich sagen... Verdammter Gommes! Ja, dieser Hund. Ja, wir müssen... Wieso sollten wir nicht... Lass uns was trinken. Hier, hast du ne Flasche Bier? Ach, weißt du, mein Freund... Wo ist das? Wie gesagt, der Psydo und dann braucht keiner zu ruhigen. Die beiden hatten wir, glaub ich, schon, ne? Ja, die hatten wir schon. Tschüss. Kurz mal abspeichern... ...und weiter nach Mudlern suchen. Was sind denn das für Zeitlinge da? Zeig mal her. Oh! Wertvolle Pilze! Oh, die sehen hier doch noch ein paar... ...Pilze! Quatsch, ne, Puttler, mein ich. Die Pilze sind mir auch gerade ins Auge geschossen. Wir können auch da hinten an der Leiter noch hoch, da sind auch noch Puttler. Aber erstmal schauen wir hier nach. Aha, hier haben sie sich schon ein bisschen mehr reingetraut. Da ist der Asgarn. Aber hier sind noch ein paar. Sogar einer, der nicht arbeitet. Sogar einer, der nicht arbeitet. Nur dich. Sag mal. Nein. Ich ver... Na ja. Es ist gut. So, alles klar. Tschüss. Den ersten hätten wir von den dreien... Also hier sind doch schon noch ein paar Puttler, die wir hier beruhigen können. Glück auf! Wieso musste ich gerade jetzt in der Mine sein? Verdammter... Ja. Ja. Lass uns was trinken. Bier. Hast du ne Flasche Bier? Jaja, immer Bier. Ach, weißt du mein Freund. Irgendwie kommen wir hier schon raus. Mit Sicherheit. Tschüss. Glück auf! Wir sind alle verloren. Wir sind alle verloren. Ich habe... Wir... Lass uns was trinken. Lass uns was trinken. Hier, hast du ne Flasche Bier. Ach, wie weißt du, mein Freund. Tschüss. Glück auf, wir sind alle verloren. Auf, mach schneller, trink, trink. Tschüss. Glück auf, wir sind alle verloren. Ja, wir sind alle verloren. Ja, ja, trink, trink und an die Schnauze. Irgendwie kommen wir raus, natürlich kommen wir irgendwie raus. Tschüss. So, schöner Sprung. Wie gesagt, da gibt es noch einiges. Was man herkunden kann, reden wir mal mit Hörtet. Kann man ja was aufsammeln, da ist auch ein Minenpilz, den nehmen wir noch mit. Komm, du willst doch irgendwas. Okay, der will gar nichts. Hm. Hab ich mich wohl geirrt. Klappern wir erstmal die da durch. Beruhigt. Tschüss. Und das ohne Einbord. Klasse, ne, sowas. Ja, hier ist ja so gesehen die... Der große Trudel hier, der zu... Der zu den Minecrawlern zum Haupt... Ja, ja, zum Hauptnest führt. Sag mal. Egal, wir haben ihn beruhigt, das ist ja die Hauptsache. Ich guck mal hier, was er noch ist. Glaub ich, ich habe hier nämlich einen Wachmann noch gesehen. Allzu weit will ich jetzt aber nicht reinlaufen. Aber den kann man Pilzen mitnehmen. Das erkenne ich doch. Gut, denn hier ist anscheinend soweit schon alles zerlegt. Ich meine, gut, der Held hat ja auch hier alles soweit vernichtet, ne, und jetzt stehen hier... Ja, Göttisten. Und vor allem diese dicken Filze. Aber die kann man grad nicht aufsammeln. Schade. Die sind nur Deko. Schade, schade. Aber, wie gesagt, hier sind gar keine Crawler mehr. Hier sind schon Buddler. Überall. Die jetzt hier weiterhacken müssen. Gut zu wissen. Na, beruhig dich mal. Da ist übrigens wieder so ne... Glück auf. Innerst. So ne kleiner, ähm... Kassel. Der holt... Lichtbagger an der Seite. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Seid. Stimmt. Alles klar. Gut, der hat's schon beruhigt. Wahrscheinlich können wir nach fünf oder zehn Buddlern spätestens schon längst wieder zurück zu ihnen und die Quest abgeben, aber wir machen das jetzt einfach mal. So. Und hier sind auch schon überall Buddler. Überall. Glück auf. Innerst. Du hast Zeit. Gut. Tschüss. Hab jetzt gar nicht mehr viel Bier dabei, glaub ich. Da ist Olfek. Der lungert ja einfach auf dem Boden rum. Oder Hugo. Glück auf. Generell... Hi. Wie geht's denn? Der Dialog. Ach. Man hat gut Tränen, wenn man selbst nicht hacken muss. Außerdem ist es hier viel zu dunkel. Wenn's nach mir gegangen wäre, wären die Crawler hier drin geblieben. Gegen die Dunkelheit muss doch irgendwas zu machen sein. Ja, ist es auch. Aber leider nicht so einfach. Ein alter Buddler, den ich hier kennengelernt habe, hat mir kurz vor seinem Tod einen Schlüssel gegeben. Dieser Schlüssel passt zu einer Truhe, in der er eine Erzfacke versteckt hat. Es wird sowieso schon längst Zeit, sie mal zu holen. Alles klar. Was ist das für eine Erzfacke? Sie scheint strahlend blau und ist sehr wertvoll. Ich besorge dir deine Facke. Moment mal. Woher weiß ich, dass du damit nicht durchbrennst? Gib her, oder ich leg dich um. Ist ja gut. Hier ist der Schlüssel. Da muss man mal unfreundlich werden, weil 300 Erz haben wir nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte davor. Ne, ich weiß es wirklich nicht mehr. Egal. Glück auf. Ne, Oliver kann nix zu sagen. Lecker sieht das aus. Ach ja, genau. Hier ist nämlich noch... so ein Außenposten. Von den, ähm, seltener sag ich schon Gardisten. Seltener. Glück auf. Da ist Rollock. Hi. Was tust du hier? Seit so ein Typ kam, der hier das Nest der Minecrawler wieder bereinigt hat, bin ich der Chef von dieser Höhle. Früher kam immer das Meisterherz von hier, aber als sich die Crawler hier eingenistet haben, war das schnell vorbei. Aber ihn stellt mir immer wieder Buddler zur Verfügung und bald wird hier auch wieder normaler Betrieb sein. Jo, ne? Was weißt du über das Beben? Hier in meiner Höhle hat irgendein Töbel auf der Buller in einer von diesen Röhren einen Fluss angegraben. Aber wie es sich herausgestellt hat, war es nicht der Fluss, sondern etwas anderes, das alles so zerstört hat. Was dann? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Alles klar. Was weißt du über die Crawler? Da ist momentan seltsame Dinge mit denen passieren. Man erzählt sich, dass es hier Mutantengeber und vielleicht auch Krieger aus der freien Mine. Ich habe bisher zwar noch keine gesehen, aber wer weiß. Sollte ich welche finden und töten, schneide ich ihnen die Platten raus. Das habe ich vor langer Zeit mal von Wolf aus dem neuen Lager gelernt. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Danke für das Angebot. Ist ja nett, ne? Für ihn. So. So. Fragt sich nur, ist das die Kiste mit dem Schlüssel oder wird uns Rollo gleich einer aufs Maul geben? Ähm, au. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Gut, dass du mich warnst. Das ist seine Truhe, glaube ich. Und wie ihr hier sehen könnt, ist der komplette Teil der Crawler jetzt hier befüllt mit Buddlern. Ja, aber überwiegend verkaufe ich alkoholische Getränke. Das ist gut. Was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich passe auf das Zeug auf, das hier abgelegt wird. Tschüss. Das ist gut. Tschüss. ... oder ein. nicht. Woll ich unbedingt haben! Warum wächst du mich? Schau dir mal! Wieso musste ich? Verdammter Gott! Der ist wirklich im Stehen? Ja. Eingepennt, oder was? Wieso? Lass uns was trinken. Hier, hast du ne Flasche Bier? Ach, weißt du mein Freund. Irgendwie kommen wir hier schon raus. Ja, klar. Tschüss. Bis dahin, tschüss.